Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft. Ja, was meint er, was sieht besser aus? Links oder rechts? Dunkel oder hell? Ich denke, dunkel könnte ganz gut besser zu den Holzstämmen passen. Vor allem, wenn wir noch das hier eventuell machen werden. Oh, wenn ich das aber so mache, müsste ich ja auch die Oak Logs... ...umwandeln. Ich könnte maximal... ...maximal den machen. So. Und dann... So und... So und... Ah Leute, man kommt jetzt unten drunter durch. Ich glaube, früher war das anders. Mühe hätte man hier nicht drunter sneaken können. Da wäre man, glaube ich, stecken geblieben. So, dann kommt das hier noch raus. Und dann gehen auch schon unsere Logs dahin. Und ich habe keine weiteren, verdammt. So, und dann mache ich das Ganze nochmal. So hier. Naja, naja. Naja, naja, naja. Und dann hätte ich gesagt... ...mach mir das. Okay, pass auf. So, so. So. Und so. So. Und dann bauen wir uns mal eben hoch. Ich mache jetzt einfach mal, wie ich denke. Ich denke, das ist immer ganz gut, wenn man das tut. Ah, verdammt. Mach ich das jetzt hier? So, und dann jetzt runter. Jetzt hoch. Hier will ich kurz durch. Ich sollte mir hier vielleicht eine Treppe bauen. Naja, fast. So. Jetzt, äh... So, und so, und so. So, und so. Treppe, Treppe, Treppe. So, jetzt aber eine Treppe. Da wird es auch schon wieder Nacht. Mann, ich muss hier mal ein Bett reinstellen. Damit ich hier schlafen kann. Moment. Hier ging es runter. Dann geht es hier weiter raus. So. Dann so, denke ich. Dann geht es hier rum. Nein, dann geht es hier rum. Das kommt weg. Äh, mal gucken, ob das gut aussehen wird. Irgendwie bezweifle ich es ja. Dann würde ich einfach sagen, so, so, und das war's. Kurz pennen gehen. Nicht, dass wieder irgendwas spawnt. Oh, da habe ich ausgesinnt in den Chat geschrieben. Das wollen wir nicht. So, ha. Ja, okay. Das sieht absolut grässlich aus. Das sieht absolut grässlich aus. Ne. Nö. Nö. Wahrscheinlich bin ich... Ich glaube, es sieht aber nur so schlimm aus, weil ich zu weit... Ich glaube, es ist egal. Mach mal das alles weg. Wir haben genug Blätter. Brauchen wir nicht mal eine Schere abbauen. Wie sieht es... Wie, wie sieht es ohne aus? Einfach nur... Ohne Blätter. Hab ich das schon geschaut? Ja, okay. Wirkt dann halt... Auch wieder sehr hoch. Ich glaube, das... Äh, sollte ich nicht so machen. Ich überlege tatsächlich sogar wirklich, das hier noch einen Block weiter nach rechts zu platzieren. Ich überlege wirklich. Ich überlege wirklich. Ich bin mir unsicher. Damit das Format endgültig stimmt. Das kommt jetzt weg, weil es sah nicht wirklich gut aus. Naja, wieder abreißen. Muss halt auch mal sein. Jetzt fängt es doch noch an zu regnen. Ich glaube, ich sollte mir erstmal eine kurze Pause vom Bauen gönnen. Mal kurz die Felder ernten. Und Sachen machen. Äh, das kann weg. Das kann rein. Das Akazienholz würde ich noch hier reinpacken. Achso, natürlich noch das ganze... Zeug. Den ganzen Kladderadatsch. Kladderadatsch ist ein sehr, sehr lustiges Wort. Findet ihr nicht auch? Keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Aber der hat eindeutig einen Klauen gefrühstückt. Boah, irgendwas fehlt da auf jeden Fall noch. Ich glaube, ich muss mal... hier noch das wegmachen. Das irritiert. Oh, da war wieder ein Block zu viel. So. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Irgendetwas fehlt da noch. Ich meine, es geht in die richtige Richtung auf jeden Fall. Aber irgendwas, wie gesagt, fehlt. Auch irgendwo schade... ...so ein schönes Haus dann am Ende nur so einen Villager zu geben. Da würde ich ja nicht selbst drin wohnen. Das wäre halt viel zu klein dafür. Da könnte ich nichts Gescheites reinstellen. So, haben wir das. Dann, Glücksspitzhacke. Und Felder ernten. Ich glaube, diese Seite vom Feld haben wir beim letzten Mal gar nicht geerntet. Sondern nur die andere. Dann habe ich mich darüber beschwert, dass es irgendwie nur 24 Weed gegeben hat. Jetzt sind es 25. Jetzt sind es 50. Okay, dann glaube ich war einfach damals ein... ...ein Dings nicht ready. Oh nee, Moment, da hinten ist sogar auch noch eins. Vielleicht habe ich auch damals nicht alles eingesammelt. Vielleicht lag irgendwo noch was. Äh, hier, Karotten. Eigentlich sollte ich die eine Seite mit Karotten bestellen... ...und die andere mit Kartoffeln. Damit ich hier mal unterschiedliche... ...unterschiedliche Traits machen kann mit dem Farmer. Ihr wisst ja warum. So, dann. Rein, rein, rein. Nee, das nicht. Das nicht. Ich habe das Gefühl, die Performance ist besser geworden seit dem Java-Update. Vielleicht lag es wirklich daran. So. Na komm. Ein paar müssen noch übrig sein. Das können nicht alle gewesen sein. Ah, noch drei. Noch drei. Noch einer. Ja, perfekt. Okay, du bist du. Du bist du. Ihr seid ihr. Okay. Papierhandel. Ja. Würde ich ja einfach mal sagen, mache ich ein bisschen Papier. War hier nicht meine Werkbank? Ach, da unten. Eins, zwei, drei. Drei Stacks Papier. Dann so. Und noch einmal. So, kein einziges Zuckerraum mehr übrig. Silk Touch. Handeln wir mit dem ein bisschen. Vielleicht bringt er ja noch ein gutes Buch hervor. Ach geil, noch ein Silk Touch Buch. Hey, sogar für 18. Das ist ja... Eigentlich hast du dafür den Tod verdient. Eigentlich hast du dafür den Tod verdient. Also, das war... Nee. Das... Ich bin sprachlos. Einfach nur sprachlos. Wo ist denn überhaupt der Farmer? Ich glaube, ich muss... Nee, selbst der kommt doch zu seinem Job. Machen wir mal so. Vielleicht kommt der Farmer jetzt hierher. Ach nee, der Farmer war ja genau... Das war ja das Problem bei dem Farmer. Der hing ja hier mit dem Toolsmith. Nee, mit dem Armorer. Hing der ja auf der Kante. Warum ist der Trade hier noch nicht ready? Was ist da los? Was ist da los? Naja. Egal. Packen wir das erstmal weg. Zack, zack. So, erstmal richtig hinsetzen hier. Äh... Okay. Äh... Wird es schon wieder Nacht? Ich glaube, ja. Ich glaube, ich sollte ein paar Laternen machen. Die ich dann hier ein bisschen platzieren kann. Ähm... Generell den Vorgarten sollte ich noch irgendwie aufräumen hier. Ah, ich weiß nicht. Da muss ja unbedingt eine Zweier-Tür rein. Reicht nicht auch eine Einser-Tür? Hm. So hart am Strugglen. Vielleicht lasse ich das auch einfach so. Ich hätte schon Lust, das zu verbreitern. Weil es halt wirklich, wenn man von hier so drauf schaut, halt wirklich sehr dünn aussieht. Auch wenn es in Ordnung ist. Wenn ich ehrlich bin. Das ist theoretisch in Ordnung. Ich glaube, ich muss das da weg und durch. Einfach nur einen normalen Zaun ausgetauscht werden. Achso, was sieht denn jetzt so besser aus? Dunkel oder hell? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube dunkel. Und ich glaube, das Bett da, was da draußen steht, das stelle ich jetzt erstmal hier rein. Sonst muss ich jedes Mal hier hinlaufen. Obwohl ich hier kaum bin. Und ich sollte wieder ein paar Hühnchen umbringen. Mein Essen wird langsam knapp. So, das kommt hier rein. Ähm... Eisengolem haben wir da noch. Apropos Eisengolems. Jetzt gerade sind ja die Villager nicht hier. Oha. Da kann ich mal den Eisengolem umbringen. Hauptsache, der kommt nicht näher. Ich glaube, er könnte noch einen Schritt näher kommen, aber er will ihn nicht. So, 41 Eisen. Nice. Haben wir hier noch einen? Nö. Okay. Äh... Ja, ich glaube, es wird halt Nacht. Ich will da jetzt nicht zu meinem Hühnchen rüberrennen. Falls so kurz vor Einbruch der Dunkelheit ist. Ach, hier drin fühlt man sich doch richtig geborgen. Wenn es regnet. Ah, das Volumetric Lighting. Super schön. Super Aussicht. Das ist halt wirklich cool mit der Aussicht hier. Ah, das ist schon cool. Eigentlich will ich... Entschuldigung. Hat sich das gerade zu einem Thunderstorm entwickelt oder warum ist dann ein Creeper gespawnt? Achso, ich habe doch hier ein Bett drin. Ich glaube, es ist ein Thunderstorm geworden. Bei den Villager laufen jetzt alle erst rein. Ich glaube, es ist kurz vor Einbruch der Nacht zum Thunderstorm geworden. Ah, wie schön das aussieht. Dann stellt euch vor, man ist dann einfach hier drin, schaut aus dem Fenster raus und sieht dann das. So. Oder man stellt sich einfach mal hier hin. Und schaut dann nach da. Ich meine, gut, da wird die Sicht ein bisschen eingeschränkt werden durch die zweite Villa. Aber an sich super cool, super cool. Dann schaut man halt aus der anderen Villa raus in die Richtung. Ist auch richtig schön, dass da hinten die Sonne aufgeht. Da war wirklich... Bräuchte man wirklich da noch ein Haus, was dann wirklich einmal hier über das komplette Tal schauen kann in diese Richtung. Richtung Sonnenaufgang. Schon cool. Das wäre richtig cool. Vor allem hat man ja auch so einen Überhang. Also da kommt ja dann auch noch irgendwas hin. Vor allem könnte man auch ein etwas größeres Haus hinbauen. Da ist ja... Naja, recht viel Platz ist jetzt nicht wirklich. Aber man kann zumindest das da alles auf einer Ebene anheben. Hätte ich sogar Bock drauf. Wisst du was? Wenn ich jetzt wirklich mal eine Pause vom Braun haben will... Einfach ein bisschen Terraform. Auch wenn ich ja hier mal ein bisschen vorankommen will... ...dass so der Kern des Dorfes ein bisschen mehr Konsistenz bekommt. Miau! Jo! Wer ist ne Süße? Dirt und Grass. So, sollte ausreichen. Achso, ja, Hühnchen. Stimmt, Hühnchen. Hab ich noch Seeds? Ich hoffe, ich hab noch Seeds. Wäre blöd, wenn nicht. Wo ist eigentlich der Creeper hin? Ich würde den eigentlich schon gerne umbringen. Einfach für das Gunpowder. Worauswärts hier mal... Da ist mir kurz eine Sicherung durchgebrannt. Einfach nur für das... Damit wir uns Raketen machen können. Irgendwo hier müsste der sein. Oder ist schon gespawnt? Wo ist er denn? Wer steht da hinten? Ist das ne Kuh? Ich glaub, es ist ne Kuh. Ah. Da fällt mir auch auf. Ich hab schon extrem lange kein Schild mehr in der Hand gehabt. Es war ja früher immer Standard, ein Schild in der Hand zu haben. Gegen Skelette, gegen Creeper, gegen Pillager. Wo ist der Creeper hin? Er ist auch nicht im Lagerhaus. Unerwartet. Unerwartet. Da treiben die sich doch gerne rum. Wäre natürlich irgendwie cool, wenn Creeper tatsächlich so ein bisschen Kisten angezogen werden würden. Also ich mein, das wäre grauenhaft, aber das wäre auch cool. Da muss ich jetzt mal eben gucken, ob ich noch in meiner Farming-Tour ein paar Seeds hab. Ich mein, ich muss die Hühner nicht unbedingt vermehren. Da liegen ja eh wahrscheinlich super viele Eier. Äh, hier. Ah ja, ich hab noch ein paar Seeds. Dann würde ich, glaub ich, erstmal ein paar Hühner schlachten. Muss meine, ist das hier die Monster-Dings-Truhe? Ne, das hier ist die Monster-Dings-Truhe. Äh, Emeralds. Und hier. Oder wären hier, wenn ich ein paar mehr hätte. Ähm, das kommt weg. Zack, zack. Sehr schön. Ähm, ja, kommen ein paar von den Eichenholzbrettern. Können auch noch weg. Äh, ich lade keinen Platz mehr. Ähm, eine Ironhaw. Ja. Pack ich mal in eine der Kisten. Halt. Das kommt noch weg. Und das Glas pack ich noch weg. Ich brauche nämlich jetzt ein bisschen Platz, weil ich die Eier einsammeln möchte. Dann will ich ein paar, ein paar Hühner umbringen und dann die Eier reinwerfen. Weil sonst kille ich bloß die ganzen Junglinge. Die ganzen Küken. Miau. Ich denke, das könnte schon ganz schnieg aussehen hier. Ja, das muss noch ein bisschen breiter gemacht werden. Von mir aus auch zwei. Hä, zwei Blöcke in die Richtung hier. Vielleicht macht hier ja gar keine Hecke als Grundstücksabgrenzung hin. Oder nur ein Zaun. Das könnte man auch machen. Nur so ein Zaun. Vielleicht nicht mal einen tatsächlichen Zaun, sondern vielleicht einfach aus Treppen und Slabs oder so. So ein Zaun quasi sich selber bauen. Halt. Hier wollte ich nicht hin. Wollte ich erst später hin. Ich wollte hier zu den Hühnern. Da höre ich sie doch schon Eier legen. Ah, ich glaube, die... Schaut mal. Die sterben. Oder? Immer wenn da so eine Rauchwolke kommt, glaube ich, sterben welche. Ich glaube, weil die zu wenig Platz haben, passiert das. Ich bekomme da ja auch manchmal Schaden drin. Ich glaube, genau das gleiche passiert mit denen. Oh Gott. Sonst müssten ja auch gerade alle Hühner gleichzeitig gestorben sein. Ich habe ja alle gerade getroffen, oder nicht? Okay, ich denke, das sollte erst mal genug sein. Anmassenmord. Das fliegt freiwillig rein. Sehr schön. Da hätte es eigentlich gerade die Freiheit geschenkt bekommen, aber es war trotzdem zu blöd, um wegzurennen. Das hier ebenfalls. Das da auch. Und die beiden auch. Ah, nein, das da. Na doch, das auch. Kann ja sein, dass Hühner von Hühnern angezogen werden. Oder dass Küken zumindest sich immer an die Eltern halten. Ach, nee, die haben ja keine Eltern. Die kommen ja aus Eiern. Also zumindest in Minecraft haben sie keine Eltern. Weil ich werfe ja die Eier. Die Eier. Da haben wir noch ein bisschen was an. Federn. Wäre auch cool, wenn man aus Federn noch irgendwie was machen könnte, anstatt nur Pfeile. Also ja, man kann Bücher herstellen. Also Bücher, Boxen, Quills, aber ja, wann braucht man ihn von? Abgesehen vom Trading. Ja, ich habe ihn einmal dabei. Sehr schön. So, Fakt. Keine Ahnung, ob der Hühner rausgekommen sind. Mir auch egal. Äh. Äh. Der. Ja, genau. Dahin wollte ich. Dahin wollte ich. Das war's. Das war's. Bisschen Terraforming hier betreiben. Genau das wollte ich anheben. Auf diese Höhe. Diese Höhe oder noch eins höher? Warum eigentlich nicht auf diese Höhe? Ich denke, das ist eine gute Höhe. War ich natürlich? Ja, ich könnte es auch auf diese Höhe machen. Äh, Quatsch. Auf diese Höhe hier unten. Aber je höher die Höhe, desto mehr Platz habe ich im Endeffekt. Nach hinten hin. Aber an sich. Aber an sich. Boah, ich weiß nicht ganz. Welche Höhe würde ich denn das machen? Ich glaube, ich will's. Ich glaube, ich mach's doch auf diese Höhe hier. Nee. Doch, doch, doch. Diese Höhe hier. Dann machen wir da irgendwo so ne, äh, irgendwie so ne Doppeltreppe wieder drüben. Nur, dass wir da nicht so ne riesige Hecke drumherum machen. Oh Gott, da fliege ich gerade. Das wollte ich nicht. War trotzdem cool. Äh. Eigentlich, eigentlich. Eigentlich will ich die runterschubsen. Einfach nur aus, aus Spaß. Aber ich brauch die. Ich sollte da unten wahrscheinlich einfach Wasser platzieren, dass die da reinfallen. Aber dann bekomme ich die auch nie wieder hoch. Da muss ich jedes Mal runterrennen. Ich sollte wahrscheinlich denen einfach mal einen Ausweg bauen. Ihr seid frei. Sehr schön. Bin stolz auf euch. Ich habe euch die Freiheit geschenkt. Und euer Leben gerettet. Nachdem es mir acht Jahre egal war. So. Die Blümchen kommen weg. Die stören bloß beim Bauen. Naja. Und dann würde ich sagen, ein bisschen Terraforming betreiben. Aber, aber, aber. Ich würde sagen. Das Terraforming, das betreiben wir dann erst in der nächsten Folge. Hat mich gefreut, dass ihr hier gewesen seid. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.